zuallererst einmal ich trage chaitel und mache mir gerade Würste und habe gerade das Video gesehen und dachte so, wenn der wieder aktiv wird, die ist das Ananas und bringe ich euch auch mal ein paar Informations raus über meinen Kanal und über mich. Hintergrund ist ein bisschen anders. Man sieht, ich wohne woanders, mache jetzt auch meine Würstchen selber und habe gehört, da habe ich gerade in der Fange. 3DS habe ich jetzt, also auch darüber. Ich mache wie gesagt Videospielsongs, wisst ihr ja, wenn nicht, hier abonnieren, da kommentieren und auch ganz viele tolle Poster, genauso wie Robin. Ja, jetzt habt ihr ja die Direct alle gesehen, weil ihr seid meine Fans und ihr schaut das wahrscheinlich auch ab für dieselben Interessen. Sprich, da gibt es jetzt ein paar Release Daten und ich habe ja auch auf meiner offiziellen Facebook Fanpage, die ich jetzt hier nochmal in die Beschreibung reinpacke, reingeschrieben, meine To-Do-List 2015. Also als allerletztes wird wahrscheinlich Zelda kommen und das wird richtig schön, da freue ich mich total. So, jetzt gibt es halt ein paar Release Daten und ich denke mal, dass ich die Songs so eine Woche vorher, vor den wichtigen To-Do's da raushaue mit Video. Ich stehe mir da viel vor, ich weiß, aber sonst nichts zu tun. Und auch neben diesen Videos, also neben den angekündigten, wird auch noch was kommen, wenn ich nicht wusste habe, wie z.B. dieses Video, was ihr gerade guckt, habe ich nicht auf meine Facebook Fanpage angekündigt. Ich werde das verlinken, damit meine Facebook Verlager das hier, äh Follower, das sehen können. Lass uns mal gucken, ob die Kamera noch angeschaut. Ja. Ich finde dieses Poster nach dem Raum optisch höher. Leute, und ich trage Scheitel. Also ihr wisst, ich könnte euch dieses Jahr auf mich verlassen. Ich trage Scheitel. Wo ist denn da der Knopf? Ah, hier. Ich denke mich, dass du auf." öib식 deine